Heute Rauchen. Immer brav einzahlen, ganz einfach am Automaten, kann man eigentlich gar nicht früh genug mit anfangen. Oder man wird passives Mitglied, ist auch nicht schwer. Entweder investiert Mutti schon mal rechtzeitig in deine Zukunft oder du machst mit Papi eine kleine Spritztour ins Grüne. Was denn? Die Eltern machen schon schlapp. Ist gar nicht schlimm. Zum Glück gibt es ja noch die schöne Rauchbelüftungsanlage fürs Kinderzimmer. Was? Ihr wollt nicht mehr rauchen? Kriegt man Husten und Flotten Otto von? Quatsch, sagt die Tabakindustrie und tut ganz viele tolle Leckerlis in die Zigaretten, damit ihr auch schön süchtig werdet. Ist wie bei Chips. Isst du erstmal einen, kannst du nicht mehr aufhören. Und wer wacker durchhält, bekommt dann auch schon nach wenigen Jahren eine tolle Prämie von der Tabakindustrie. Du musst natürlich auch einen Nachweis über deine Mitgliedschaft beim Rauchergeldverdienclub bringen. Zeigst entweder deinen Lungenausweis oder führst ein kleines Kunststück vor. Und was gibt's dann für Prämien? Entweder einen Koffer voller Geld oder tolle Sachpreise. Für zehn Jahre gibt's ein Darth Vader-Imitationsgerät. Für 20 Jahre ein schönes Ersatzbein und für 30 Jahre, wenn du's überlebst, Hauptgewinn, ne neue Lunge. Also, Rauchen zahlt sich aus. Und nächste Woche Mümmelmann & Co. Rauchergeldverdienclubs jetzt auch für Haustiere. Tschüss, macht's gut, euer Klaus. Tschüss. Jetzt kommt es